Mit jedem Tag wurden die Schatten länger... Hi Leute, ich bin wieder zurück, und zwar mit einem Song, der für meine Verhältnisse eher ungewöhnlich ist, von den bösen Onkels, Age. Tja, hat sich eine Freundin gewünscht, was will man machen, und hier sitzen wir, und machen das natürlich, aber ich will mehr. Was wir hier für brauchen, sind Basisakkorde, also wirklich keine schwierigen Geschichten. E-Moll, G, D, D-Sus-Vier, das ist der, mit dem kleinen Finger, hier noch im dritten Bund, dazu. Okay, und C. Alles klar. Und das ist auch die Reihenfolge. Okay. Anschlag. Es ist wichtig, sich den Song vorher ein paar Mal gut anzuhören, um die Melodie richtig reinzukriegen. Wenn man nämlich genau zuhört, kriegt man folgende Melodie mit. Bam, bam, badadam, bam, 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 bam. Und genau so schlagen wir auch an. Okay? E-Moll. Also da mache ich persönlich folgendes. Runter, runter, runter. Rauf. Oder Runter, runter, rauf, runter. Ist egal. Ihr dürft euch nicht so krass am Anschlagmuster aufhängen. Ich kann auch theoretisch nur runter. Es ist egal. Es ist nicht wichtig, wie ihr anschlagt. Es ist bloß wichtig, wann ihr anschlagt. Ich kann theoretisch nur runter anschlagen. Oder Ist egal. Wichtig ist bloß, dass ihr die Melodie vom Song wiedergeben könnt. Ist egal, wie ihr anschlagt. Ihr könnt auch theoretisch nur hoch anschlagen. Ist egal. Dann kommen wir zu G. Also nochmal E-Moll. E Und der Schluss geht quasi nur noch runter. Das heißt D Und wieder. Dann gibt es natürlich noch den Refrain. Weil das waren ja jetzt die Strophen. Okay. Das heißt, hier würde es dann theoretisch so anfangen. Okay. Und so weiter. Dann gibt es aber eine bestimmte Stelle. Und zwar vor dem Refrain. Da hören wir mit der Strophe mit D auf, weil danach der Refrain kommt. Okay. Ich spürte nur eine Frau in Irre. Fühlte mich wie tot geboren. Okay. Also. Der Refrain fängt in C an. D Das heißt, ich mache C, D, D-Moll. Also. Ist eigentlich wirklich kein schwerer Song. Hier nochmal die Anschlagtechnik zum Refrain. Wie ich sie persönlich mache, wie ihr sie macht, ist eigentlich egal. Okay. Ich kann den Song jetzt nochmal. Wir haben noch Zeit. Deswegen werde ich den Song jetzt einfach nochmal relativ langsam spielen. Und ihr versucht einfach mal mitzuspielen. Okay. Das hilft immer meistens ziemlich gut. Okay. 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 Okay, und Refrain. Das war Age, überhaupt kein Hexenwerk, okay? Man sollte vielleicht, sollte man den Song am Lagerfeuer spielen, davon absehen, genauso zu plärren wie der Originalsänger, aber ja, soviel dazu.